Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das ist hier so ein Opferscheiß, was wir machen, ne? Hast du heute Mitleid mit der Frau? Empfindest du irgendwas? Wenn ihr ehrlich bereut, dann habt ihr eine echte Chance darauf, dass das Opfer euch verzeiht. Mir ist doch auch immer alles passiert, Eva. Die haben die Täter ja nie geschnappt. Ich würde versuchen, zu verzeihen, ja. Du wolltest vorhin doch noch was fragen. Wegen Eva, was da passiert ist. Hat sie das gut weggesteckt da? Was hast du daran beteiligt? Ich bin zu, Herr Walshmann. Ich gehe nicht zurück in den Knast, Alter. Ich gehe nicht zurück in den Knast. Willst du wissen, was ich an dem Tag noch gemacht habe? Es tut mir leid. Was ist sonst noch jemand was über Ben?